Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticket des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Dienstag, den 5. Juli um 10.14 Uhr. Der Tag ist heute relativ müde an den Börsen losgegangen. Im DAX kaum Veränderungen, auch in Japan oder Hongkong oder anderen asiatischen Börsenplätzen haben wir wenig Veränderungen gesehen. Darum will ich mich heute auch hier mal kurz fassen, denn es gibt nichts Besonderes, was erwähnenswert wäre, was ihre Zeit stehlen könnte. Kurz ein paar Meldungen. BASF hat endlich einen Käufer für die Kunststoffsparte, für die Styrol-Kunststoffsparte gefunden. Sehr erfreulich, denn die ist ja nun nicht besonders marschenstark gewesen. Und man hat hier schon seit Jahren vergeblich nach einem neuen Käufer gesucht. Nun ist NEOS ins Boot getreten und man will hier die Kunststoffsparte eben ausgliedern und an die Briten abgeben. Ein sehr positives Signal. BASF damit für mich Aktie des Tages. E.ON RWE haben auf dem britischen Markt weniger Glück. Wie es scheint, werden die ihre Pläne zum Bau von neuen Atomkraftwerken aufgeben müssen, schlicht weil sich das Ganze als viel zu teuer herausstellt. Und hier hatte man ja eigentlich erwartet, dass man neue Wachstumsperspektiven aufzeigen könnte. Aber E.ON nach wie vor kein Kauf aus unserer Perspektive. Die Trendwende ist noch nicht eingeleitet, sondern wir werden noch einige Zeit einen Boden sehen. Bei ThyssenKrupp macht der Verkauf der Stahlsparte nun tatsächlich Fortschritte, nimmt klarere Konturen an. Man hat die Citigroup und auch die Deutsche Bank damit beauftragt, hier diese Sparte auszugliedern und einen neuen Käufer zu finden. Ob das nun über die Börse passieren wird oder an einen Konkurrenten abgegeben wird, das ist im Moment noch absolut offen. Schauen wir noch kurz auf den Rentenmarkt. Schweden hat heute die Zinsen erhöht auf 2%. Australien hat sie auf dem gleichen Niveau belassen, hat keine weitere Zinserhöhung vorgenommen. Für die EZB erwarten wir ja für diese Woche den nächsten Zinsschritt. Das scheint schon ausgemachte Sache und der Euro ist trotzdem nach wie vor recht schwach. Wir hatten darauf spekuliert. Im Grunde laufen unsere Spekulationen ja auf Schienen. Der Euro ist sehr schwach. Die Agrarkommodities fallen weiter nach dem Agrarbericht aus dem US-Landwirtschaftsministerium aus der letzten Woche, das gezeigt hat, dass mit Ausnahme von Reis die Anbauflächen sich vergrößert haben. Das heißt, mit stärkeren Ernten zu rechnen ist. Läuft ganz hervorragend auch die Long-Spekulationen auf die Indizes, die wir jetzt kürzlich angeregt haben. Die laufen sehr gut. Also im Grunde gibt es im Moment keinen großen Handlungsbedarf. Wie gesagt, BASF schaut wieder ein bisschen besser aus. Aber nach wie vor geht alles nach Plan und deswegen bitte heute keine großen Veränderungen vornehmen. Hauptsache, Sie sind jetzt bei dieser Rallye überhaupt dabei. Sie sind unseren Empfehlungen von vor zwei Wochen gefolgt, hier jetzt im größeren Umfang einzusteigen. Noch ist es nicht zu spät. Die Rallye hat noch nicht ihr Ende. Sie wird demnächst die Halbzeit erreichen. Wie gesagt, es ist ja eher eine kurzfristige Geschichte. Aber noch kann man sehr gut investieren. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Bernard Klinzing. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag.